hallo meine lieben da sind wir wieder bei green hell und ja ich bin noch nichts weiter gemacht oder so ex auf euch gewartet sozusagen mir wurde ich wurde ich wurde gefragt ob ich nicht mal die gehege hier bauen könnte und mal da gucken können könnte was da alles gemacht werden kann und das werde ich jetzt machen werde dafür erst mal den hier aufstellen weil das einfacher ist mit denen ihr könnt das einfach mit der schling falle hier machen euch die tiere fangen oder aber ihr baut euch vergiftete pfeile und die nocken die dann aus nach einer gewissen zeit und dann könnt ihr die einsammeln und einfach ins gehege stecken aber ich hätte jetzt erstmal die gehege bauen das wird jetzt ein bisschen was dauern weil ich brauche dafür sehr viele stöcker wenn ich finde ich habe ich habe gerade das problem dass wir die sonne ins gesicht scheint wo ich die rolle runter habe ich habe so aus fenster machbare jalousien sag ich mal und die decken das fenster nicht komplett ab und es ist ein ganz kleiner millimeter spalt und der knallt mir voll ins gesicht jetzt ein bisschen nervig aber ich ausreiten deswegen sehe ich man zu sagen manche sachen nicht ich sehe ich kaum hat irgendwie in der sonne ist echt schlimm damit auch nicht umsetzen weil mein schrank steht links hinter beim pc und von da wird es dann auch noch mal in mein gesicht reflektiert also richtig geil anders hinsetzen geht jetzt auch nicht wo ich jetzt wieder wo habe ich mich jetzt schon wieder hingelassen lassen aber wir müssten doch eigentlich doch genug stöcke liegen ja hier oder ganz so kleine stöcke die groß glaube ich wahrscheinlich in alle aufgesammelt hier ist noch einer jetzt wo ich mal ein baum sammeln so ein krieg dann oder der special gast müsste vielleicht noch mal kommen okay der kommt doch nicht der jaguar ach lange stöcke will er haben das ist super sagt er doch sie denkt schon einer das ist sehr schön ihr könnt auch wenn ihr euch vorstellt sehen was das für einer ist eigentlich ich mache jetzt noch nicht ab weil er weil es ja noch nicht fertig ist ja jetzt nicht fast abgeholt die dann noch und event jetzt war die zwei hier dann können wir die nicht einfach nach hinten reinpacken okay dafür ist ein paar seile auf jeden fall ob wir finden hier noch ein paar dran gut dann auf zum endspurt vor der tür da müssen wahrscheinlich ein paar stöckchen rein machen da fehlt mir noch ein ich brauche dann hier noch einen wassertrog und einen futtert keine stücke mehr ist aber so viele lange stücke aufräumen so für einen ist noch platz dann rasieren wir den eben ab da warte mal ne noch nicht wahrscheinlich schlug doch immer noch feuerbretter da könnte man noch feuer weiter benutzen wahrscheinlich erstmal brauchen wir noch ein langes stückchen lehmziegel hier brauchen wir nur die feuerbretter ja da müsst ihr vorderrein tun ich glaube die erreichen auch ne die reichen nicht aber da könnt ihr die ja einfach wegsäbeln ich weiß nicht ob die auch funktionieren das müsste ich beinfalls testen ne die kinder nicht rein okay alles klar aber dir einfach rein platzieren fertig wenn ich damit neben ziehen steiner würde ich da unten wenn ich die stöcker die auch sammeln hier wegen den blättern noch mal weg hier doch das ist doch richtig gehört fleisch nach wuchs der ja so wie sie ist hier muss bei denen ich muss denen aber schreiben dass es viel zu leicht ist dass nach der zeit keine einzigen eingeborenen bekommen der kuma und so hat sie sind alle zu berechenbar müsste ein bisschen mehr zufall rein machen hier kommt ja keine spannung mehr auf nix mehr ach so die hatte ich nur noch nicht fertig gemacht jetzt bin ich natürlich überladen war klar spannend war die palmen hier nach wachsen normalerweise sollte nicht alle nach wachsen aber bis jetzt tun sie es doch nicht hier wollte ich das fleisch noch beitun ist auch nicht mehr wirklich viel ein lebensziel stein und hier so wie die schmacht rein schmeißen und dass der wassertruck der füllt sich beim regen auch auf also von daher keine panik auf der titanik futter brauchen die hat viel habe ich glaube der kanzler banan rein schmeißen also jetzt wenn wir das hier haben fertig dann kann man auch die bananen einschmeißen die von den bäumen und auf der wäsche vielleicht mache ich da noch ein paar drauf so jetzt tue ich da erst mal aber von meinem wasser ein fertig dann wird er abgemacht und da gucken wir mal was dafür geschlecht hat ein weibchen oder ist das männchen so den tragen wir dann hier rein legen ihn hin machen zu und dann lösen wir den könnte erst weil ich die gegend wieder wild gestochen ist aber wir haben ja noch nicht wir müssen erstmal zähmen sozusagen als vertrauenskünfte auf sammeln irgendwie will er nicht das war die erste da kommt schon noch was also feine unten ist glaube ich männchen und ne feine unten war weibchen feiner oben die hier mit dabei schmeißen können allerdings ja noch nicht ganz voll ja wie können wir dabei schmeißen ok also bananenblätter und die ganzen früchte alle auch diese diese lange ich habe die immer maiskolben genannt von diesen vielleicht finden wir hier eine da war ja irgendwo immer einer so direkt besucht müsste mal gucken wie das mit feilen ist habe ich hier irgendwas giftiges ne da brauche ich ein skorpion für es sei denn dann ist der zu nichts eventuell bräuchte für skorpion oder so dann müssten wir eigentlich hier weiter bauen können dürfen müssen mal gucken doch mal ob mein meine karre da hinten sich vielleicht gelöst hat hängt immer noch da hat sich auch noch nicht vermehrt und einfügen können wir was aber wir können es nicht mitnehmen schade dann eben nicht kann das höchstens mit ordentlich wie es aussieht ach doch jetzt müssen wir halt einen neuen bauen hier sind wir noch haben wir da hinten noch ein paar von den kleinen ein Stück einer fehlt noch da ist er ja 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 wenn ob das jetzt weiter gebrauchen noch ein toll reicht nicht hat kein getroffen das ist einfach nicht aber ist halt so hat doch die habe ich jetzt machen wir nochmal zwei das ist schon der k.o. abgehender junge der arme kerl hier beide dürfte ich eigentlich genug haben da rein und hier tun wir den noch rein aber den wenigstens wieder so mal gucken ob der neuer steht die klingt war nicht liegt hängt ja hängt doch ein neuer wir gucken wenn der an weibchen ist der gegenpart dazu ist dann dann haben wir glück ja wohl ist sogar tatsächlich ja mein gott ja mal sogar ob ich damit springen kann weil ich das ist ein weibchen dazu und jetzt bin ich beiden auf 100 prozent sind denken sie miteinander da kann man nicht streicheln wenn man an die lande kommt aber ich glaube es geht ab einem gewissen grad aber na ja wir haben schon mal zwei haustiere ich die nenne das männchen nennen wenn das männchen denn nicht fritti wird frittisch mal verewigt fritti heißen oder frittis verlag wir haben wir schon mich trägt auch noch die rest holen ich glaube das machen wir dann in der nächsten folge erst mal gucken was braucht noch mal noch fett dazu gucken sich doch ein paar von denen von dem von ihnen zerlege sozusagen das gute ist bei denen ihr habt auch dabei wenn wir die ganze da drin sind einen stetigen zuwachs von düngemittel in dem halt kaka häufchen das ist halt das gute dabei die knochen hatten wir doch in der kiste hier irgendwo der hat sieben prozent da haben wir schon die ersten tierexkremente wir müssen auch immer sauber halten also immer mal guck mal wie viel die fressen schon wieder das wird wohl ein bisschen dauern aber das macht ja nichts mehr mehr zeit muss das hier oben ja auch noch machen das würde ich sagen machen wir den nächsten folge das heißt ich werde jetzt erstmal losgehen und ein paar hölzer suchen gehen abbauen gehen wir die ja hier ein tun und dann werden wir in der nächsten folge weitermachen hier mit wenn ich danach dann noch das zweite gehegehege macht dann muss dann mal gucken doch mal wie man das mit dem dinges macht aber ich glaube dafür braucht die skorpione oder irgendwo gift zumindest und dann schauen wir mal also würde ich sagen ich würde sagen warte mal fällt gerade was ein ich muss mal irgendwas gucken hier im trockenen steck können wir auch damit machen hier wollte ich eh noch ein bisschen weiter nach vorne setzen aber die sind dann so das ist ja dann blöd die passen hier dann gar nicht mehr hin wie dreht man noch mal nee toll nee da muss ich doch in holz machen weil irgendwie sehen die holz auch viel besser ich bin grad was am überlegen und zwar hier noch zwei darf man hin machen das ist auch ordentlich hoch ne oder eventuell mache ich dir dann da wo da müsst ihr sowieso dann welche machen muss ich daher mal gucken auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten folge wieder ich hoffe es hat euch spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten mal mal gucken vielleicht sind die dann auch schon ein stück weiter die zwei hier und bis dahin bis übermorgen tschüss euer boba